Heute zeige ich euch mein Dorf, ein Clan und danach werde ich sie angreifen, dann meine erste Welt, mein erstes Dorf und mein zweites Dorf. Ich habe alles entdeckt gebaut und jetzt werde ich euch alles erklärt. Ich muss nur jetzt sehen, wir müssen jetzt warten. So, rado, 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 und heute komme ich bei meinen Clans, bei meinen Clans, mein Dorf. Heute habe ich gemacht, ich verbessere heute Rathaus, äh, am nächsten Woche Montag habe ich Rathaus 7, also den, ähm, den 17.07. Und ich werde euch alles wieder vorzählen. Und heute, heute der, der, der 11.07. zeige ich euch, ähm, meine Heilerin, heute. Und dann, und, hier sind meine Minenwerfer, Level 2, meine Luftabwehr auf Level 2, mein Armeelager auf Level 4, eine, eine auf Level 3, und eine auf Level 3, noch eine. Und hier könnt ihr sehen, die Juwelenkiste, ihr könnt ihr sehen, Zauber, und hier, ihr könnt ihr sehen, Zauber, und hier meine Bodenschützer, meine Person, ich habe hier alles. So, ich habe hier zwei Minenwerfer, Magieturm, 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 und das war's. Jetzt, jetzt greifen wir jetzt mal an, suchen wir jetzt mal ein paar Gegner. Oh, warte, 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 aber heute suchen wir, heute suchen wir jetzt Trophäen. Oh, warte, 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 Nein. 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 Okay, das kann ich wiederholen. Ja, das kann ich wiederholen. Genau. Ja, das kann ich wiederholen. Ich hoffe, wir haben geholfen. Ja, ja, ja. So. Ich habe das nicht mehr als Schöpfen. Und... Ich habe das aber nicht mehr als Schöpfen. Ich sehe... Oh, ich bin nicht mehr als Schöpfen. Welt. So, ein Buch für die Träger. Kracher auf Level 2. So, baute mal Tesla. Bogenschützer. So, keine Armees. So, jetzt wird ich wieder auf. Okay, greifen wir jetzt an. Ich wünsche mir Glück. So, jetzt schaue ich dir an. Ich wünsche mir Glück. Okay. Möglich wäre es, dass ich gewinnen könnte. Möglich. Ich habe nicht gesagt, dass ich gewinnen werde. Ich wünsche mir Glück. Ich wünsche mir, dass ich was. Ich wünsche mir, dass ich mir ein bisschen was. Ich wünsche mir, dass ich mir ein bisschen was. Ich mach mir nicht mehr, ich mach mir nicht mehr. Okay, jetzt. Da haben wir jetzt beide Kämpfe verloren. Das ist schade. Dafür haben wir Money bekommen. So, jetzt haben wir uns alle wieder vorgeladen. Wenn wir uns fragen, warum brauche ich das so viel? Es gibt einen Grund. Weil... ... 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 Hier haben wir meistens im Lager, meistens im Lager, Meisterhütte. Man kann sagen, ich habe viele Sachen. So. Okay. Okay, an der Krenn. ... also in den Krenn. ... bis nächstes Malote! Das ist ja sehr, sehr gut. Oh, da ist mein Drachenbaby. Yes. So, wir haben uns das nächste Mal gecheckt. Wir drücken das nächste Mal. Clash auf ClansKing.com Wir sehen uns. Adios. Und...